Wechselt eine Verstärkung im Team. Schlosser mit diesem Flatterball nicht ungefährlich für Flauder. Und dann die Berliner, die 89er. Lassen den Ball ganz einfach laufen, sind schnell, sind wendig, überbrannt. Der sieht Schmidt und der braucht ja nur noch einzuschieben. 1 zu 0 in der 68. Minute für Viktoria Berlin.